Hier den Angriff, dass ich den austausche. Warte mal. Gegen den Angriff. Weil der Angriff ist deutlich stärker. Vielleicht sollte ich das wirklich machen. Muss ich mal machen, wenn ich wieder hier raus bin. Weil ich weiß immer noch nicht, ob die Skilländerungen unterwegs greifen oder erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Beim Star, das ist alles viel stärker. Wir stimmen da zwar nicht mal nach vorne, aber es stört mich nicht wirklich. So. Was weiß ich, schneid den Kampf zusammen, das dauert mir sonst zu lange. Was? Schwester. Was ist das? Ich bin ein Pinch. Ich bin schnell. 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 Das ist das. Ich bin schnell. Erledigt. Wurde auch Zeit. Mann, hat das jetzt gedauert. Ich bin ein bisschen verletzten. Ich werde so weit kämpfen. Danke. Die Tür öffnet sich. Okay, wir haben ihn verletzt. Oh. 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 Na, dann wollen wir doch mal. Wie das Wappen. Okay, sehr schön. Upsa, falsches Teil. Ich muss unbedingt wieder ein paar Items mitnehmen. Langsam gehen mir die Heilklamotten aus. Das ist gar nicht mal so gut. So, und da ich jetzt nichts zum Flüchten habe, muss ich einfach durchrennen. 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 Yeah, wir rennen einfach durch. Scheiß auf die Gegner. Auf die Monströsitäten, die auf uns lauern. Die haben sowieso keine Chance gegen uns. Also können wir einfach durchrennen. Und jetzt den Höhenbegrenzer des Windingens da ausschalten. Hoffe ich doch mal. So. Ach, da oben ist der dicke Klumpen. So, den ignorieren wir einfach mal. Es wird Zeit, dass wir hier endlich flattern können. Hoffe ich. Weil da oben geht's dann zum Boss. Da bin ich fest von überzeugt. Diese Stärkung hat eine Stärkung. Wenn es keine Stärkung ist, dann wird es noch nicht mehr zu gehen. Dann wird es noch nicht mehr zu gehen. Ich werde das jetzt nicht mehr zu gehen. Ja, ja. Das ist so. Es ist so. Ich werde hier ein Gegenstand einzusetzen. Ich setze die Gegenstand. N-n-n-nani? Wow, ich habe es in die Gegenstand reagiert. Die Verpflichtung ist geschlossen. Verpflichtung. 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 Ja, das stimmt. Warte. Was ist falsch? Schau! Der Monster! Warum ändert mich das Ding an Gott-Ether? Ich weiß es nicht. Aber es sieht cool aus. Er erinnert mich an Gott-Ether. Komischerweise. Nein. Ich erinnere mich an die ersten Torwächter vor Fafnir. Hey, das war nicht so pralle. Ach, und jetzt hast du michschen? Wie, was macht das? Ich habe nur die Hoffnung. Ich kann mich nicht und ich nicht anscheinend sein. Ich seine Vorsicht ertrissch! Ich kann mich anscheinend noch ansetzen. Ich will es sehen, oder? Grendel? Sehe ich das richtig? Der heißt Grendel. Und jetzt habe ich natürlich keinen Feuerzauber für den. Das ist ja wieder ganz toll. Ach, du Heiliger. Nein! Zuck deine Schwerter, du Doofkop. Das ist gar nicht gut. So, einmal den hier. Oh, der ist ja verfallen! Alter, was für ein Sack. Ich muss meine antike Frucht nomsen. Es ist mir schon ein bisschen zu wider, das dafür einzusetzen. Ah, der ist ja wie dieser eine fette Klumpen, den ich schon mal bekämpft habe. Ich erkenne ihn wieder. Der hat sich ja auch mal rückwärts fallen lassen. Ich gehe einfach mal auf sein Rücken. Mist. Okay, also wir sollten ihn doch relativ leicht down kriegen. Okay. Weiß nicht, auch einer von den ersten Bossen aus der ersten Welt aus Buklinde? Einer von diesen Dungeon-Bossen, wenn ich mir nicht irre? Ich meine ja, oder? Ja. Der macht dasselbe wie der eine. Nur, dass er halt Eis aushaucht. Aber wenn das mal nicht mächtig war! Die erste Lebensleiste haben wir schon runtergeknüppelt. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht down gehe. Oh, ich bin in der Ecke. So, einmal alles schneller machen. Ach, Lysi hat's erwischt. Ich vergesse jedes Mal, dass ich dann schwanke und wanke. Ich hebe mir meinen Yggdrasil-Tropfen auf, bis der nächste umkippt, also Amethyst. So, einmal richtig reinzimmern. Auch diesen Kampf werde ich wieder ein bisschen schneiden, weil das dauert mir sonst wieder viel zu lange. Also, sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt wieder. Oder, sagen wir mal, nach einer Montage des Kampfes. So, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. Was ist denn das? Das ist fertig, oder? Vielen Dank! Wir sind fertig! Wir sind fertig, oder? Wir sind fertig, oder? Wir haben keine weiteren Stimme. Ja, genau. Wir sind die Ahnung, was die Ahnung an der GmbH nicht zu gehen? Wir wollen die Ahnung, wie die Ahnung an der GmbH nicht zu gehen. Na, jeder, ich weiß nicht, aber... Ich bin jetzt auf allen Inseln ein gemeinsames Verlangen. Sehr schön. Ja, Trophäe. Das ist ja alles. Ja, 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 ja. Ist jetzt eigentlich auf allen Inseln die Höhenbegrenzung ausgesetzt, weil... Das würde mich interessieren, deswegen werde ich gleich erst mal auf WoGlim nämlich umsehen. Jedenfalls! Das ist die Ausgabe von Kord制限. Es ist auch hart. Ja, haha, das ist so, dass ich jetzt nicht mehr in dem Ort wie wir gehen können. Ja, sehr gut gemacht! Es ist eine große große Gelegenheit. Ich habe auch noch einen kleinen Ort wie wir gehen können. Es ist schon das Gerät vorhanden. Höhe der Störber? Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Wir müssen die Auge ohne Grunde oder auch ein Problem finden. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Alles klar, diese Anerkennung. Ich bin für Vogelinde. Ich bin für Vogelinde. Ich bin für Vogelinde. Dann gehen wir an, woher wir gehen. Was ist denn heute? Was ist denn heute? Ich bin für immer. Es ist noch mal kurz gucken. Heiltrang. 55, 75. Haben wir noch im Lager. Heilkristall. Es macht die Gruppe. Okay. Anzahl im Lager. Ich möchte aber für das Inventar was einkaufen. Das kann ich dann noch mit machen. Heiltrang! Heiltrang! Heilkristall. Die Gruppe. Jo, jo! Da, 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 da! 60% MP. Nehmen wir auch mal mit. Da haben wir gar nichts mehr im Lager. Das ist ja gar nicht mal so viel. Nehme ich das auch noch? Komm, nehmen wir auch noch mit. So, meins. Das fragt man Kai nicht, aber das nehme ich noch mit. Auch wenn wir eins im Lager haben, möchte ich trotzdem volles Inventar haben. So, Ausdauer. AP vollständig wieder, okay. Da kann ich auch warten, bis sie wieder aufgefüllt ist. Die werden erstmal aufgestockt. Gegengift, da, 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 da. Berserker, ha? Die Haarlocke eines Sabernkriegers erhöht die Angriffskraft des Trägers. Aha. Rechterzahl, äh, die Abwehr, okay. Okay, hier gibt's interessante Sachen, okay. Die Dungeon-Dinger könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Damit wir das auch mal wieder voll haben. Hier, für Sinon nehmen wir einfach mal alles mit. Und? Einmal kurz alle voll nachkaufen. Wir haben ja so viel Geld inzwischen. Wir sind gar nicht mehr ein Geldknapper, das finde ich toll. Ja, 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 sei ruhig. So, dann haben wir das fertig. Ja, ja, gern geschehen für die Unterstützung. Freut mich doch immer wieder. Ja, wir können mit Sinon quatschen. Nur mit Sinon? Wir können mit zwei Leuten quatschen. Mach ich gleich. Einmal kurz rein. Inventar. Ich nehme mal die Fluchtkristalle für die Dungeons mit. Äh, dä, 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 äh. Vom Lager holen. Verbrauch. Teleportkristall war... Teleport der Stadt. Okay, ich möchte Fluchtkristall. Nehmen wir mal alle mit. Die Deport-Dinger behalte ich noch in der Kiste. Bevor ich irgendwas mache, wieder eine Gruppe basteln. Gehen wir erstmal mit Sinon quatschen. Sinon! Na du? Ah, ein Event mit Kampf. Cool, wir haben wieder neue Events. Das freut mir. Ah, Asna. Ah, Asna. Das war's gut. Ich habe etwas überrascht. Wir sind zwei? Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, dass ich hierher kommen sollte. Ich komme zu mir! Ah, Yuki! Ich gehe, Kirito-kun. Ah, ja. Asuna... Ich kann mich wirklich nicht vorstellen, aber... Ich bin wirklich okay? Ich bin wirklich okay, Yuki. Ich bin wirklich okay. Hallo, Yuki! Auf Wiedersehen, Yuki! Hast du gesehen? Hier? Das sind diese Leute? Ich zeige euch! Ich bin meine Gilde, die Leute von Sleeping Night! Hä? Yuki, die Gilde? Ich habe die Gilde, aber warum haben wir uns zusammengekriegt? Ich habe keine Zeit mit allen. Ich habe gesagt, dass ich mit anderen Leuten auf den Weg gehen würde. Ich habe jetzt schon alle zusammengekriegt, ich wollte die Gilde wieder. Ich dachte, ich wollte mich nicht mehr beinahmen. Oh, das war so. Ah, ich habe noch die Begründung für alle. Ich bin hier, Asuna. Und dann bin ich hier, Asuna. Ich bin Kirito. Ich bin Jun. Asuna, Kirito, bitte. Oh, ich bin Tetschi. Bitte. Ich finde, ach мол, warum? Das heißt, ich habe.. Ich bin… Dannergen. Ich bitte... Sober Abs Medal ist Euer. Wenn ich schwache meinen Freunden ausges cinete Stelle hinze balls kam, würde dann mal das mascara gap, das Before свобод und her anbefangen. Ich bin Nohر, wo dasatic Redner ist sehr. Ich bin nur noch Funshания. Und ich bin Shunei. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ja, ich bin Yuki der Gild-Leader. Asuna, Kirito! Ehm, was soll ich denn sein? Ah, genau. Ich habe noch nichts zu erzählen. Ah, was soll ich denn sagen? Ach so, mein Leader ist das, also... Ahaha, ich habe mich vergessen. Ich habe mich plötzlich herausgekommen, aber alle sind so gut. Ja, aber wir sehen sie trotzdem nicht. Okay. Okay. Das war keine Inspiration vom Anime selbst. Es tut mir leid, dass die Schleppung-Nights schon wieder zurückkehren. Deswegen werden wir nur die Schleppung-Night-Boss für unsere Macht. Ich habe das Gefühl, dass wir die Schleppung-Night-Boss für unsere Schleppung haben. Und ich möchte mich nicht vergessen. Wie ist das? Was ist das? Es ist eine Entscheidung. Danke, Asuna, Kirito! Danke für heute. Ich werde euch vorbereiten. Dann werden wir uns wieder auf jeden Fall von mir und alle. Asuna, Kirito! Ich bin wirklich sehr dankbar! Ich bin noch ein bisschen mit dem Kollegen von Sleeping Night. Ich weiß nicht, oder? Ich mach euch alle, aus개발. Oh! Das ist eine große Klasse-ungen in den letzten Enden Bons. Deineine Ahnung, Kirito! Das ist gut für die schwierigsten. Ja, Ausuna. Ah, genau. Was? Na, Asuna. Ich glaube, dass es noch etwas gibt. Es ist okay, es ist kein Problem. Nachdem ich die S.A.O. mit dem Geist-Mei-Kiss団, hatte ich ein wenig Druck für die Gilder. Ich denke, dass die Gilder, dass ich so etwas verletzt habe. Ich denke, dass ich so etwas verletzt habe. Genau. Na, Asuna. Es ist ein bisschen schwierig, aber wenn man Probleme hat, Wenn du dich in der Zeit hast, kannst du dir was, wasst du? Ich werde dir, wasst du, wasst du. Ja, danke, Kirito. Entschuldigung, Kirito. Ich bin so schuldig. Aber ich kann nicht sagen. Ich kann mich mit meiner Mutter verletzen, dass ich die Schule verletzen kann. Ich kann mich auch nicht in der Welt kommen. Da ist sie einfach weg. Okay, ähm, ich fand ihre Mutter im Anime schon total scheiße und das wird sich hier in dem Spiel jetzt auch nicht ändern, ihre Mutter ist so ätzend, boah, sie hat so eine, so eine scheiß Mutti, das ist unglaublich, sie tut mir leid.